Hier einfach mal draufschmeißen, einfach nur um zu gucken, ob es was bringt, ne? Kann ja auch sein, dass useless ist. Putz. Ja, ist useless. Hm, hm, hm. Dann brauche ich maybe noch irgendwie Feuer oder so, ne? Weil auch mit dem Eis kann ich hier nicht viel machen. Ja, ihr könnt mir ja an der Stelle sagen, wenn ihr es kennt, ob ich hier eine Fähigkeit brauche oder ob ich es schon so lösen kann. Naja, Feuerfeile vielleicht, aber die habe ich auch nicht, ne? Doch, einfach Feuer benutzen. Hm, kommt drauf an, was du im Inventar hast. Ach so. Anzünden muss ich es irgendwie. Da bräuchte ich bestimmt einen Feuerstein oder einen Flammenwerfer. Aber ich glaube, die Steine fehlen, ne? Jetzt regnet es auch noch. Oh nee, was? Ja, der Gott des Games hat irgendwas gegen mich. Nicht weit von dir wäre ein Feuer. Ja, da drüben hat es geraucht vorhin irgendwo, ne? Aber das ist jetzt bestimmt auch aus, oder? Und von der Säule einfach rüberspringen und da dann drin landen. Oh, wenn ich dann falsch lande, ne? Ey, aber no joke. Das ist der erste Regen, oder? Den wir jetzt in den Streams hatten. Ich meine gut, es waren nur zwei. Aber natürlich regnet es, wenn wir irgendwas mit Feuer probieren wollen. Ey, come on. Warte. So, jetzt nochmal die Seite. Ja, da oben ist er. Guck mal. Bei Regen werden Oberflächen nass. Da kann man schlechter klettern. Macht mir der Regen gerade alles kaputt, was ich vorhabe? Der Regen, das ist ja immens, was der für ein Timing hier hat gerade. What? Ey, komm schon. Das ist ja unglaublich. Ah, klappt nicht so gut. Nein! Warum? Mann, es macht zu wenig Schaden. Und da ist auch immer noch irgendein Random Vieh. Oh mein Gott, das reicht wirklich nicht von der Range her. Oh mein Gott. Na. No way. Schalala. Oh, das sind so Fights, wo ich hoffentlich in ein paar Wochen oder Monaten drüber lachen werde. Butz, butz, butz. Oh, we did it. Da hast du das Feuer, Leute. Ist das schön. Und Holzpfeile. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich habe die Macht. Wie bekomme ich das Feuer da jetzt rüber? Wenn ich jetzt schwimmen gehe, halte ich doch nicht die Fackel so hoch, oder? So, Link. Wir müssen mal gerade gucken, wie das ist, wenn ich schwimme. Ne, dann ist das Feuer aus, ne? Kann ich? Ja, selbst wenn ich jetzt einen Pfeil da reinhalte, dann könnte ich den maybe anzünden, aber ich kann ihn ja nicht bis da rüber schießen, ne? Überlegen, dass man das Feuer irgendwie mitnimmt, indem wir weiter vorn was anzünden. Wenn ich jetzt sage, okay, ich zünde den Stock jetzt an, nehmen das mit davor, und dann zünden wir, was weiß ich, einen Baum an oder werfen irgendwas hin, was wir im Inventar haben. Kann ich klettern mit Feuer? Geht das? Ist auch weg. Wie heißt das denn? Holzbündel hin? Davon haben wir ja ein paar. Die haben wir ganz am Anfang gemacht, ne? Als ich den ersten Baum zerhackt habe. Das legen wir jetzt hier hin. So. Stock ist an. Wir laufen. Laufi, laufi. Ist das jetzt despawned? Ne, oder? Irgendwo hier war das doch. Ey, ist mein Holz jetzt weg? Jo, habe ich das nicht hier hingelegt, Mann? Das Holz ist einfach weg, ne? Es ist weg. Ey, Mann. Das ist Game gerade, ne? Tell Rassil. Nein? Ey, Mann. Und jetzt ist der Stock komplett tot. Was haben wir noch gesagt? Man könnte probieren, den Schleim mal ins Feuer zu schmeißen, in der Hoffnung, dass es dann Feuerschleim wird. Und wenn nicht, dann nicht. Dann bin ich auf jeden Fall am Ende mit meinem Latein. Dann haben wir es probiert, ne? We tried. So. In die Hand. Warte. So. Okay. Und dann da reinlegen. Ah! Ein dauerhaft warmer Schleimklumpen. Bei Erschütterung explodiert er in einem Feuerball. Holy shit, wird es das gewesen sein? Werden wir den Schrein jetzt öffnen können? Ich bin so gespannt. Oh nein. Da ist auch wieder so ein Oktopus. Oh mein Gott. Hier wäre der Eingang, ne? Glaube ja. Das heißt, wir gehen kurz rein. Den nehme ich in die Hand. Oh, ich hätte fast Essen gemacht. Das wäre nicht so gut gewesen. So. Und jetzt kann ich, äh... Ne. Wait. So. Konnte ich den nicht auch werfen einfach? Ne, konnte ich nicht. Ich kann ihn nur ablegen gerade. Warte. In die Hand. Okay. Dann hier einfach hin. Ne, ich würde ihn schon gern, ja, da so reinschmeißen im Grunde. Aber auch ohne, dass ich mich selbst töte. Ist das wirklich die maximale Range? Ah, ne. Ah, das liegt an der Schrägen hier am Hügel. Ah, das ist wegen dem Hügel. Äh, das geht nicht weiter nach oben als bis hier. Oh mein Gott. Der Feuerball wird mich doch killen, oder? Kann das sein? Wir legen es ab. Und es hat einfach nichts bewirkt. Es hat nichts bewirkt. Was? Außer, dass ich aufs Maul bekommen habe. Ist doch nicht eine Durne weggebrochen, oder? Nicht eine. Und jetzt regnet es auch wieder. Ich glaube, dies ist ein klares Zeichen, liebe Leute. Bad EDC bei der Tri-Four-Team. Was für ein geiler Typ. Sehr guter Moshpit. Zitat, Leute, auf dem Dieter Bohlen-Konzert. Dieter, mosh mich. Mosh mich, Dieter. Dieter. Die hat aber auch keinen Spaß, wenn die mal an mich rankommen, die alle. Lell. Junge, was ist dieser Schaden? Aber ich bin schneller als dein verfickter Geist. Habt ihr alle ein Vogelhaus? Nein. Wir haben mal Geschenke gekriegt, habe ich so noch nicht hingestellt. Junge, die Vögel, sie hungern. Was? Nur wegen dir. Oh, das war wild. Ich hab halt überhaupt keine Energie so. Ja, das ist oft bei Menschen im Winter so. Weg mit dem Bastard. Nein, der... Oh, der ist... Was? Der ist ja sehr anstrengend hier. Weg von mir, weg von mir. Oh nein. Na, Junge. So eine Pisse. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Nee, am Anfang sah es gar nicht mal so gut aus. Aber der Anfang ist auch nur was für Idioten. Ja. Der hat so keinen Bock auf dich. Ja, übertreib einfach komplett. Junge, komm hier schnell rein. Oh nein, Junge. Ich hab das Ding. Das ist nur der Anfang. Ehrgeizig, zuverlässig, geduldig, treues Herz, verantwortungsbewusst und produktiv, kleinlich, geizig, stur. Ich bin nicht perfekt. Ich bin ein Steinbock. Boah. Imagine, du triffst jemanden, der diesen Pulli trägt. Ihr wisst, ich bin an sich total tolerant und absolut dagegen, Leute auf sowas zu reduzieren, aber das ist eine harte Probe für mein Dasein, okay? Das gibt's, genau, mit Berufen, das gibt's mit, äh, ja, exakt das. Das gibt's mit Städtenamen und so und das gibt's auch noch mit viel mehr Wörtern. Was ist das hier für ein Posten eigentlich? Mal schauen, wütende BVB-Fans. Alle Editionen schreibt auf oder eine Edition, wo man wirklich... Yo, excuse me, was? Warte, wo bin ich? Ist doch zum Abseilen hier, oder? Oder nicht? Doch, oder? Nein? Oh. Wer hängt denn da ein Seil hin, wenn ich es nicht benutzen darf? Danke, Silence. Danke. Hallo? Huhn. Wer bist du? Den kann ich nehmen. Nice. Was ist Sex, wenn du zum 300. Mal denselben Raid machst, um ein Mount zu bekommen und es droppt nicht, dann wurdest du von diesem Raid gefickt. Kann ich hier auch einfach einbrechen? Ist ein normales Haus, oder? Oh. Es ist einfach mein Haus, Leute. Huhn. Sehr gut. So sieht's hinter mir auch aus. Exakt so sieht's hinter mir auch aus, ne? Voraus.